Ja, willkommen zu einem kleinen Update-Video. Es gibt wieder mal eine neue Form der Projektprüfung und was sich da geändert hat, das schauen wir uns jetzt an. Früher sahen die Leittexte so aus, etwas aufgeräumter und jetzt schauen sie eben so aus. Schauen ein bisschen unübersichtlich aus, aber wir gehen es jetzt mal im Einzelnen durch. Das Erste, was auffällt, sind diese kleinen Figuren. Einzelnen bedeutet folgendes, also eine Gruppe plus eine Spielfigur heißt immer Arbeiten sollen aufgeteilt werden. Eine Spielfigur alleine, dass du alleine arbeitest und mehrere Spielfiguren ohne diese abseitige Figur am Anfang, bedeutet die Gruppenarbeit. Ja, die einzelnen Phasen. Es gibt immer eine Initiative, eine Planung und Recherche, eine Vorbereitung zur Durchführung, die Durchführung selber und die Präsentation. Zusätzlich zur Präsentation noch ein Termin zur Mappenabgabe. So, wenn man sich die sechs Punkte anschaut, dann muss man die ja irgendwo in diesem Leittext finden. Schauen wir uns den Leittext dazu nochmal an. Hier ist der Leittext und hier findet man dann die Initiative, also das Szenario, um was es in dieser Prüfung geht. Dann Planung und Recherche, das findest du in diesem Bereich. Man sieht auch an den Figuren, wo arbeitet man alleine, wo in der Gruppe, wo sollen Aufgaben aufgeteilt werden. Dann haben wir die Vorbereitung zur Durchführung. Das steht hier. Und die Durchführung an sich, diese 120 Minuten im Fachwick, die findest du dann an dieser Stelle. Und beachte immer die Spielfiguren. Hier siehst du, wann arbeitest du in der Gruppe, wann alleine. Dann haben wir noch eine Präsentation. Alles, was da wichtig ist, findet man hier. Und ganz unten die Projektmappe, also die Inhalte, die in der Projektmappe dann drinstehen sollen. Zur zeitlichen Verteilung kann man das folgendermaßen aufteilen. Also die Projektinitiative, Planung, Recherche. Bei uns an der Schule sind es zwei Tage. Dazu gehört auch die Vorbereitung zur Durchführung. Also das muss alles entsprechend vorbereitet sein. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit für eine Beratungsstunde. Ob das jetzt ein oder zwei Stunden sind, das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Je nachdem, wie es eingeplant ist, müsst ihr einen Lehrer fragen. Dann kommt die Durchführung. Die dauert im Fachwick genau 120 Minuten. Und man arbeitet da alleine, also keine Gruppenarbeit. Und dann gibt es noch die Präsentation. Die entsteht dann begleitend. Also das kannst du gleich am Anfang mit der Datei beginnen, die entsprechend aufzubauen. Die Präsentation selbst, die soll aber dann maximal 15 Minuten dauern. Frag einfach deinen Lehrer, wie er das gerne haben möchte. Und zum Schluss noch die Projektmappe. Die entsteht dann auch begleitend. Du kannst es immer gleich so machen, dass du zum Beispiel Recherchergebnisse hier gleich in der Projektmappe sicherst. Dann hast du nicht zwei oder drei Dateien. Ja, wenn man so einen Leittext bekommt, dann erschlägt einen das erst mal. Am besten geht man folgendermaßen vor. Macht vielleicht erst mal eine Stoffsammlung oder eine Mindmap oder schreibt auf einem großen Blatt Papier alles drauf, was so anfallen wird an Aufgaben. Ich meine, man kann sich ja schon ein bisschen am Leittext orientieren. Im Prinzip ist ja das schon so ein bisschen wie eine Checkliste aufgebaut. Wenn du dann dir sicher bist oder wenn ihr euch sicher seid, was für Arbeiten anstehen, dann sollte man auch eine entsprechende Checkliste erstellen, weil die ist dann die Grundlage, dass du später einen Arbeits- und Organisationsplan erstellen kannst. Der ist wichtig. Der wird auch gefordert. Der soll in die Projektmappe rein. Und wie der dann aufgebaut ist, ob jetzt da alle Gruppenmitglieder drinstehen, die dann mit Kreuzen oder mit Farblöcken dann gekennzeichnet sind, wer was macht, oder ob jeder seinen eigenen Arbeits- und Organisationsplan hat, das bleibt natürlich euch überlassen. Und ihr könnt auf der Basis des Arbeits- und Organisationsplans euren Tätigkeitsbericht machen. Also ihr könnt dann den hernehmen und abhaken, das Datum dazu schreiben, sonst ist es kein Tätigkeitsbericht. Dann vielleicht Neuzuordnung der Aufgaben. Wenn der sagt, das mache ich nicht oder ich habe keine Zeit dafür, wer hat da Kapazitäten frei, dann kann man da natürlich entsprechend tauschen. Oder halt natürlich der persönliche Tätigkeitsbericht, dass man dann hier entsprechend sehen kann, dass man damit gearbeitet hat. Dann kommen wir zur Durchführung. Die Durchführung, die findest du hier. Und ja, hier sind dann folgende Dinge zu beachten. Einmal, die Dauer der Durchführung dauert 120 Minuten. In Technik und in Ernährung Soziales sind es andere Zeiten. Dann, du arbeitest alleine, wie in der Probe. Also da ist nichts mit Gruppenarbeit. Du kannst auch keinen fragen oder dass dir jemand hilft. Dann speichern und drucken nicht vergessen. Du musst ja die Ergebnisse auch in der Projektmappe dokumentieren oder zur Bewertung abgeben. Und falls du an diesem Tag verhindert bist, dann brauchst du ein entsprechendes Attest, damit du dann auch einen Nachtermin bekommen kannst. Ja, dann kommen wir nochmal zum Unterschied zwischen der Vorbereitung zur Durchführung und der Durchführung an sich. Hier am Beispiel von einem Brief oder Serienbrief. Es ist nicht gedacht, dass du im Vorfeld schon den fertigen Brief schreibst oder den Seriendruck durchführst, sondern dass du erstmal nur den Brieftext formulierst. Natürlich kannst du dir Gedanken machen, wie sieht denn ein fertiger Brief aus, aber den Brief an sich oder den Seriendruck machst du erst in der Durchführung. Genauso auch, wenn du einen Flyer planst. Wenn du einen Flyer planst, machst du Skizzen, du überlegst dir, auf welcher Seite was draufkommt und erst in der Durchführung wird es dann mit dem Skizzenmaterial, Bildmaterial, Textmaterial, das du gesammelt hast, dann wird erst der Flyer zusammengebaut. Das gleiche ist natürlich auch mit einem Plakat. Zuerst macht man hier eine entsprechende Skizze, wo die einzelnen Bestandteile angeordnet werden. Du sammelst entsprechende Bilder, Hintergrundbilder, überlegst dir, was in den einzelnen Ecken reingeschrieben wird und das Plakat an sich entsteht dann praktisch in der Durchführung. Hier noch ein Beispiel mit Excel. Also Museumsausflug organisieren. Hier erkundigt man sich, was kostet die Fahrt, was kostet der Eintritt vom Museum, vom Busunternehmen und bei der Bahn. Und dann erst in der Durchführung wird entsprechend die Berechnung durchgeführt und dann vielleicht, wenn es gefordert ist, noch ein Diagramm daraus erstellt. Aber nicht im Vorfeld. Das ist ja auch so ausgelegt, die Prüfung, dass du dafür eigentlich dann keine Zeit hast, weil sonst fehlt dir irgendwo ein Part, den du ja nochmal irgendwo für was anderes vorbereiten musst. und du hast ja in der Durchführung dann entsprechend Zeit und sollst dir da zeigen, was du dann entsprechend kannst. Dann kommen wir zur Bewertung und hier haben wir wieder die entsprechenden Schritte der Projektprüfung und wir bewerten jetzt folgende Bestandteile. Also einmal planen und organisieren. Also wie ist das geplant worden? Dann natürlich die Durchführung an sich. Dann auch die Präsentation und die Projektmappe. Aufpassen bei der Planung Recherche. Das sind schon auch VIP-Anteile drin, die dann entweder in der Präsentation oder in der Projektmappe entsprechend auftauchen müssen, weil sonst bekommst du keine Punkte dafür, weil sonst fehlen die irgendwo. Also hier aufpassen, dass sämtliche Rechercheaufträge dann irgendwo dokumentiert sind, dass man sie bewerten kann. Am besten tust du sie in die Projektmappe rein oder du schaust im Bewertungsbogen nach, an welcher Stelle die denn eingefordert sind. Dann weißt du es ganz genau. Machen wir ein kurzes Bewertungsbeispiel, wie so ein Bewertungsbogen aussehen kann. Der muss jetzt nicht genau so aussehen, aber das ist so ein gängiges Beispiel, wie es in der neuen Projektprüfung vorgeschlagen wurde. Also zum Beispiel Planen organisieren hat man ja gerade. Da steht dann Plan strukturiert und reflektiert Arbeitsabläufe und dann entweder steht es überwiegend in Ansätzen oder nicht, mithilfe weiterer Werkzeuge aus dem schulischen, beruflichen Bereich, selbstständig und rationell. Also je nachdem, wie dein Arbeitsplan ist, gibt es dann hier bis zu zwei Punkten und der Lehrer oder beide Lehrer entscheiden dann, wie viele Punkte der entsprechend wert ist. Machen wir noch ein Beispiel. Tabellenkalkulation, wenn der technische Funktion eines des eingesetzten Programms steht es überwiegend in Ansätzen oder nicht, sicher und fachgerecht entsprechend der grundlegenden Kompetenz der Jahrgangsstufe an, klingt sehr hochtrahmend. Im Prinzip sagt es nur aus, kannst du dieses Programm anwenden, sind da Fehler drin, hast du gar keine Ahnung vom Programm oder hast du es gar nicht umgesetzt. Noch ein Beispiel aus einem anderen Fachbereich, für die ist das sicherlich auch interessant, also zum Beispiel das Fertigungsverfahren im Bereich Messen, Anreißen, Trennen und Fügen. Wie ist es fachgerecht umgesetzt worden? Sind da einige Fehler drin oder kann man gar nicht erkennen, dass da genau gemessen wurde und genau angezeichnet wurde? Oder ist es dann auch irgendwie ausgeschnitten worden? Und wenn man das Ganze zusammengebaut ist, ist es dann noch, wie ist da praktisch die Arbeitstechnik umgesetzt? Dann zum Notenschlüssel. Der ist auch vorgegeben schon. Das sind für Note 1 100 bis 85 Prozent. Wenn es jetzt also 100 Punkte gibt auf die Prüfung, dann ist der 1er geht dann von 100 Punkte bis 85 Punkte und je nachdem, wenn es weniger Punkte geben sollte, dann wird es prozentual entsprechend runtergerechnet. Abschließend beachte nochmal die vollständige Handlung, über die du dann in der Reflexion reden sollst. Es sind immer diese sechs Punkte, also informieren, planen, entscheiden, ausführen, kontrollieren und beurteilen. Und zwar immer über das Produkt an sich oder den Prozess, den du gerade durchmachst, durchführst. Und dazu gibt es dann entsprechende Entscheidungsmöglichkeiten, Hilfen, wo du dir Anregungen holen kannst, Regeln, die zu beachten sind, oder vielleicht auch Bewertungsbögen, wo man nochmal nachschauen kann. Also beispielsweise beim Informieren über das Produkt, über den Prozess, da hast du die Möglichkeit, dich vielleicht im Internet zu erkundigen oder in der Fachliteratur oder ein YouTube-Video. Beim Planen zum Produkt kannst du überlegen, welches Material nehme ich her? Für den Prozess, welche Werkzeuge habe ich zur Verfügung? Welche Programme habe ich zur Verfügung? Habe ich einen Arbeitsplan, der mir zeigt, wie ich vorgehen soll? Welche Hilfen habe ich dafür? Zum Beispiel irgendwelche Skizzen oder technische Zeichnungen? Dann komme ich zum Entscheiden. Wie soll ich das Produkt umsetzen? Oder wie sollen wir das Produkt umsetzen? Dann haben wir einen Zeitplan vielleicht einzuhalten. Habe ich eine Zusammenarbeit mit anderen, die mir da helfen können? Welche Hilfen habe ich beim Entscheiden? Da schaue ich nochmal in die Aufgabe rein. Da habe ich vielleicht ein Beratungsgespräch. Oder ich weiß um meine eigenen Stärken. Dann beim Ausführen. Gibt es da irgendwelche Regeln zu beachten? DIN-Regeln oder Sicherheitsregeln? Dann, wenn ich das Ganze ausgeführt habe, dann muss ich natürlich auch kontrollieren, ob das passt. Passt das Printprodukt, was ich da hergestellt habe? Und als Hilfe kann ich da die Planungsunterlagen wieder herziehen? Oder ich habe vielleicht ein Muster, eine Vorlage, die ich da vergleichen kann. Und beim Beurteilen habe ich auch wieder Hilfen. Da habe ich vielleicht Reflexionsbögen, die aushängen im Raum, wo ich nachschauen kann. Ist mir das gelungen? Ist mir es teilweise gelungen? Ist mir es gar nicht gelungen? Ich kann es im Tätigkeitsbericht entsprechend kenntlich machen. Oder ich habe auch bei der Beurteilung von einem Prozess oder von einem Produkt die Erfahrung von den anderen, die mir da weiterhelfen können. Das muss in die Projektmappe noch rein, in die Reflexion und du sollst natürlich auch bei der Präsentation darüber reden können. Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurer Prüfung und schaut noch die anderen beiden Videos an. Einmal Präsentationstipps, also wie man dann richtig entsprechend präsentiert, wie man eine PowerPoint erstellt. Das sind andere Videos, die gehe ich davon aus, dass du das drauf hast. Und dann noch das Video über die Mappengestaltung. Okay.